Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu den Fortnite Challenges. Die heutige Challenge, die ich euch zeigen werde, ist die Challenge mit dem Icepuck. Den müssten wir über 150 Meter werfen. Wie ihr sicherlich wisst, könnt ihr den nicht werfen, in dem Sinne, sondern der rutscht einfach weiter. Und wir suchen uns hierzu den höchsten Berg aus. Jetzt, hier haben wir gleich Gesellschaft, ganz schön viel Gesellschaft. Ich versuche einmal den Puck zu schmeißen. Hier schön hoch raus, fällt darunter auf die Rampe und rutscht das Zeug. Da ganz hinten und da haben wir es. Ganz easy. Die Leute interessieren sich gar nicht für mich. Bin ich okay. Dafür bin ich auch tot jetzt. Und ja, ihr habt es gesehen. Einfach zu diesem Berg fliegen. Einfach eine der Rampen runterschmeißen und der Puck wird seine 150 Meter zurücklegen. Das garantiere ich euch. Und ja, dann viel Erfolg und bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.